Herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Brothers. Ein riesiger Meilenstein der Videospielgeschichte. Der Begründer der 2D-Jump-Runs, wie wir sie kennen. Und ein ewiger Klassiker. Und natürlich ein Grund für alle Let's Play-Markus-Kritiker immer wieder zu nörgeln, dass es bei mir immer nur dasselbe gibt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Spiel schon einmal gespielt. Und zwar 2013, vor sieben Jahren. Zwar eine ganz andere Version. Damals die SNES-Alters-Version in 16-Bit. Und jetzt gibt es Original. Und ja, es ist normal, dass es hier keine Musik gibt in der Demonstration. Wir zocken es. Also, absolut das Original. Die Farben kommen mir auch gar nicht so farbenbrechtig vor, wie man es gewohnt ist. Von zum Beispiel Super Mario Maker 1 und 2. Aber das sind die Originalfarben. Schließlich ist das hier die Switch-Version. Nintendo Switch Online ist diesbezüglich ja eine gute Sache. Wollen wir loslegen? Ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Ganz, 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 ganz kurz. Ja. Wenn ich jetzt anfange zu reden, werdet ihr denken, zu wissen, worauf ich hinaus will. Aber wartet ab. Wie spielt man dieses Spiel durch? Ja. Ist ja schwierig. Irgendwann gehst du Game Over. Und dann sind die extra eben alle. Du musst ganz von vorne beginnen. Natürlich gibt es den Trick. Dass du dann im Titelbildschirm wieder A gedrückt hältst und Start betätigst. Und dann landet man in der letzten Welt, die man zuletzt betreten hatte. Und kann sich so, ich sag mal, einen Sturz bis zum ersten Level hin ersparen. Aber wie war es denn originalerweise gemeint? Ohne, dass man Megaskill hatte. Vor allen Dingen in einer Zeit, als noch niemand Megaskill hatte, weil es war ein komplett neues Genre. Münzen sammeln. Deswegen sind die Münzen hier auch von Belang. Ich kenne kein Mario-Spiel, wo die Münzen quasi mehr von Belang sind. Und zwar für 100 gibt es ein Extra-Leben. Das ist euch wohl bekannt. Deswegen sammelt man die auch fleißig. Aber wusstet ihr, dass es in diesem Spiel nur drei Extra-Leben gibt, wie wir sie kennen? In Level 1, 1, 1, 2 und 8, 2. Das sind Extra-Leben, die kann man auch immer wieder einsammeln, wenn man stirbt und so. Es gibt aber auch andere Extra-Leben. Und die will ich mit euch sammeln. Ob es klappen wird, weiß ich nicht. Wir spielen dann auch noch den Bonus, also das New Adventure. Da gibt es nochmal den Hard-Modus. Warum nicht? Hauen wir auch noch mittendrin dran. Aber dieses Special-Extra-Leben gibt es in Welt 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1 und 8, 1. Und auch nur, haltet euch fest, ist wirklich wahr, wenn man im vorherigen dritten Level, das heißt zum Beispiel in Level 2, 3, alle Münzen gesammelt hat, dann taucht in 4, 1 das Extra-Leben auf. Äh, 3, 1. Wenn man Level 2, 3, alle Münzen eingesammelt hat, taucht in Level 3, 1 ein Extra-Leben auf. Versteckt. Das ist komisch. Und man kann es trotzdem versauen, wenn man stirbt, bevor man das Extra-Leben eingesammelt hat. Das ist ein bisschen weird. Auch um diese Extra-Leben kümmern wir uns. Habt ihr da Bock drauf? Das finde ich doch super. Dann let's go. Dann wollen wir mal. Zeit für ein bisschen Soundtrack, hätte ich gesagt. Damit ihr nicht nur die ganze Zeit dieser nervigen Stimme lauschen müsst, sondern auch klemmtende Wipes bekommt. Im legendären Level 1, 1. Hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Schnappt euch hier das Extra-Leben. Ist es aber eine Kunst, mit dem Extra-Leben in diesen Raum zu gehen, um beides abzugreifen, weil man kann ja nicht zurücklaufen. Geht aber gerade so um Pixel-Breite. Ja, und spätestens seit Super Mario Maker, wo wir diesen Level einfach milliardenfach spielen mussten, weil alle sie nachgebaut haben. Man musste ihn auch nachbauen. Bevor man Mario Maker richtig nutzen konnte. Aber irgendwie seitdem, oder? Könnt ihr mir bestätigen? Hat man den schon ein paar Mal öfter gespielt. Ansonsten brauche ich euch nicht mehr viel zur Mechanik erklären. Das wäre doch albern, oder? Wenn ich euch jetzt sagen könnte, dass man rennen und springen kann, was die Pilze und Sterne bewirken, das weiß jedes Kindergartenkind und ihr erst recht. Kann höchstens darauf eingehen, dass viele eben im Rückblick, wenn sie mit dem Adnan Mario angefangen haben und dann diese spielen, finden sie das nicht so pralle. Aber natürlich immer bedenken, es war das Erste seiner Art. Ja, das Erste des Genres. Natürlich gab es vorher auch schon Jump-Runs. Machen wir uns nichts vor. Aber die waren nicht so. Sidescrawlen schon mal gar nicht, glaube ich. Hier ist übrigens das zweite Extra-Leben von dreien im ganzen Spiel dieser Art und Machweise. Über die anderen werden wir uns gleich noch unterhalten. Ja, Plattformer, ich sag mal so. Es gab es nicht wirklich in der Form. Noch mehr Blumen braucht das Land. Und hier oben ist natürlich die Warp-Zone, die euch zu den Welten 2, 3 und 4 führen. Das ist auch schon lange kein Geheimnis mehr. Ja, das Spiel erschien 1985 für das Famicom. Ja, das Nintendo Entertainment System gab es ja erst 1986, so heißt es Famicom eben in den USA, kurz NES und eben auch in Europa, wo es erst 1987 rauskam. Aber immer war Mario der Hit beliebt. Leicht, leicht zu erlernen, macht Spaß, guter Soundtrack für die damalige Zeit. So, wie gesagt, in den dritten Level immer alle Münzen sammeln für das Extra-Leben, der in der nächsten Welt ersten Level ist. Also, ich sammle in den 1, 3 alle Münzen für das Extra-Leben in Welt 2, 1. Und ihr werdet sehen, dass die dritten Level auch schon ein bisschen drauf ausgelegt sind. Sammle alle Münzen, das wäre heiß, das wäre doch toll. Miyamoto hatte ja damals, ja, Shigeru Miyamoto, das große Spiel haben wir hier, hatte damals auch auf dem Zeichenblock jeden Block einzeln angefertigt und die Programmierer mussten an jeden Block einzeln setzen. Das ist halt so eine Sache. Hier seht ihr auch schon, dass es Blöcke gibt. Prima. Und dass man von der Blume direkt auf den kleinen Mario zurückgestuft wird. Dass es Blöcke gibt, die gar nicht an sind, die sind erst an im zweiten Abenteuer-Modus, in der New Quest. Aber wie gesagt, die werden wir auch spielen. Hallo, Bowser-Fake. Wenn wir Bowser erledigen mit der Feuerblume, sehen wir, dass ein Goomba dahinter steckt oder ein Koopa. Ich glaube, in jeder Welt ist es dann jemand anderes. Danke, Mario, aber unsere Prinzessin ist in der Nether-Kastel. Eigentlich habe ich nichts zu sagen, aber ich komme aus dem Reden nicht mehr raus. Viele doppelt- und dreifach-Fakten. So, jetzt haben wir unser Extra-Leben freigeschaltet, mehr oder weniger. Und das befindet sich... Ich mache mal ganz kurz hier... Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da für Ruhe sorgen. Das ist hier. Und es ist wirklich so. Gut, wenn ihr die Welt neu gestartet habt, nach dem Game Over, und durch ein Reset geht ihr wieder hin, dann könnt ihr es auch holen, das Extra-Leben. Aber wenn ihr schon in der vorherigen Welt wart, müsst ihr alle drei... Alle... Alle Münzen des vorherigen Welt dritten Levels sammeln. Es ist echt kompliziert. Man fragt sich, warum? Kann ja sein, dass es in Super Mario All-Stars geändert wurde. Und auch in Super Mario Bros. Deluxe, da wurden ja tendenziell ein paar Fehler gewackfix, zum Beispiel Welt-Minus 1. Habe ich auch sehr gerne gespielt übrigens. Super Mario Bros. Deluxe für den Game Boy Color. Da waren die Farben auch ein bisschen farbenprächtiger. Aber hallo. Aber hallo, Tri. Das waren schöne Farben, du. Das waren schöne Farben. Wer das Trampolin nicht schafft, der geht einfach den Weg, ne? Der Trampolin ist das richtige Timing. Ist vonnöten. Wie lang machen wir denn? Ich habe überhaupt keine Übersicht, wie wir das Let's Play gestalten wollen. Ey, sind wir uns mal einig? Ich werde in diesem Let's Play vermutlich kein Bis-dann-und-schau-und-willkommen-zurück-liefern. Sondern einfach durchzocken und hinterher entscheiden, wo ich einen Schnitt setze und wo nicht. Es wird das Lüxe sein, glaubt's mir. Als wenn ich mich in Abmoderation und Begrüßungen verrenke. Unter Wasserwelt! Die erste Melodie, die entworfen wurde. Der erste Soundtrack. Der fertiggestellt war. Für das Spiel war das Unterwasser-Theme. Cheap Cheaps und Blooper mit ihren ersten Auftritten. Fischgesicht! Die Level sind eigentlich so unfassbar klein, ne? Steckt eigentlich so unfassbar wenig drin. Aber man hat auch schon zu NES-Zeiten gesehen, wie es halt noch viel besser geht. Man hat quasi das Maximale rausgeholt mit Super Mario Bros. 3. Die Kritiker brauchen jetzt keine Angst haben, dass ich ein Mario nach dem anderen spiele. Aber ich finde, es war einfach mal wieder Zeit für das Game. Ich hatte auch schon mal 2010 ein Let's Fail dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Zu Super Mario Bros. 1. Das wurde einfach... Ja, das hatte damals auch totale Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich mir dachte so, hä? Hat noch keiner das Originale Super Mario Bros. Richtig Let's Blade oder was? Let's Fail deshalb, weil ich eben auch noch nicht mit der Sache ganz vertraut war. Dass man quasi ein Continue haben kann, auch im NES-Original. So, hier natürlich alle Münzen sammeln. Für das nächste One-Up in 3.1. Liegende Cheep-Cheeps? Ja, man kann durchbrettern. Man kann natürlich speeden, wie die Hölle. Dann dürften die einen nicht so richtig treffen. Ja, ab und zu muss man einen etwas niedrigeren Sprung ansetzen. Aber ansonsten... 7 extra Leben. Ich glaube, geht es bei 9 überhaupt weiter? Bin ich mir nicht so ganz sicher. So, oh. War das schon das? Nee, hier ist es egal, ne? Welche Richtung man geht. Renne in die Feuerbarrieren rein, ne? Ist kein Problem. Aufpassen, aufpassen. Der Fake-Bowser kündigt sich an. Nur der in der letzten Welt ist der richtige. Musste so kommen. Müssen wir mal hinnehmen. Ist klar, wird vorkommen. Ich bin halt nicht mit dem Spiel aufgewachsen. Muss man ganz ehrlich sagen. Wer mich nicht so kennt, ne? Mit dem Sega Mega Drive in der Tat aufgewachsen. Und dann auf Game Boy und Super Nintendo rüber geschwenkt. Mein erstes Mario war Mario World. Aber trotzdem habe ich das hier auch ganz gerne gemocht irgendwie. Ich fand das faszinierend. Das nächste wäre dann das originale Super Mario All-Stars. Da habt ihr doch Schmach drauf, oder? Da habt ihr doch Schmach drauf. So wie dann, Toddy Boy. Thank you, Mario. But our Princess is in Another Castle. Da bin ich ja schon wieder falsch. Schade. Müssen wir sogar noch ein drittes Schloss aufsuchen. Hier ist es ein bisschen winterlicher. Also sie haben schon versucht, Thematiken zu bringen. Wichtig ist nicht sterben. Weil sonst ist das One-Up auch weg. Das hatte halt einfach das Ziel, dass wenn du hier stirbst, dir nicht quasi unendlich Leben holst die ganze Zeit. Dass du, wenn du stirbst, nicht einfach, keine Ahnung, wieder das Extra-Leben holen kannst. Ich zeige euch diese fantastische Röhre. Wo sich auch noch was verbirgt. Und zwar hier eine Feuer-B-Lume. Wie gesagt, damals die Gamer, die haben jede Münze mitgenommen. Denn 100 Stück geben auch ein Extra-Leben. Aber ich finde, dafür gebe ich mich nur mehr in Gefahr. So, hier haben wir jetzt eine Brücke mit Wasser. Und da ist das One-Up. Für das wir gekämpft haben. War hier nicht sogar ein Stern oder so? Richtig. Schon Hammer, Brüder. Ernsthaft? Ähm, kann ich nicht? Oh, bitte. Tu mir das nicht an. Ich möchte sehr gerne da die Ranke zeigen. Die Ranke hat ja auch nichts weitergebracht. Einfach nur zum Münzen sammeln. Ja, in 4-2 gibt es eine Ranke, die ich nicht gehen sollte. Denn, ihr seht ja, unweigerlich, dass ich es nicht auf den schnellsten Versuch ankommen lasse. Sondern euch jeden Level zeigen möchte. Es wird ein 100% Let's Play. Ja, alle Extra-Leben. Alle Versteckten Extra-Leben. Und, ja. Alles, was das Spiel so hergibt. Macht euch mal keine Gedanken. Das wird ein Spaß. Ach, solche Dinger hier. Also, ich habe mir auch später mal auf dem Flohmarkt ein NES gekauft. Und Super Mario Brothers. Und war mir mit dem Trick noch nicht ganz konform. Sollen wir hier? Nee, hat nicht funktioniert. Da gibt es ja auch den berühmten Trick, ne? Unendlich Leben ranzuholen. Ist aber nicht so ganz einfach. Ich habe da den Kniff noch nicht ganz raus. 3-2 am Start. Ah! Dieser verdammte Feuerblume, ne? Wenn du den Rennknopf betätigst, geht die Feuerblume direkt. Warum mache ich... Ah! Weil die erste... Der erste Puppapanzer hätte mir schon so viele Gegner abgeräumt. Dass sich das, glaube ich, gelohnt hätte. Das ist, glaube ich, ein Speed-Level, ne? Zack! Nimm alle Gegner mit! Gibt es noch ein One-Up? Nee, gibt es noch keine One-Ups dafür. Andere Zeiten, ne? Andere Zeiten. Habt ihr das Original schon mal gespielt? Und wenn ja, worauf? Wenn ihr online seid mit der Nintendo Switch, habt ihr es natürlich kostenlos zur Verfügung. Das bietet sich immer an. Ich sag mal so, ganz ehrlich, ich war oft auch zu alten Let's Play-Zeiten. Hier wieder alle Münzen sammeln. Ein bisschen abgeschreckt, weil wenn du so ein NES am Fernseher angeschlossen hast, das war halt auch nicht so flüssig, ne? Das war, äh, flüssig. Nicht so klar. Das war halt verschwommen. Allein von den Kabeln schon damals, ne? Aber selbst wenn du auch so ein NES anschließen würdest, oder ich glaub, selbst die Emulatoren, die geben es nicht so her. Ich glaub, selbst die Emulatoren, die haben da so ein bisschen... Das sieht man alleine an der Schriftart. Also ich glaub, die Nintendo Switch Online-Versionen, die machen sowas zumindest nur... Biegen die wenigstens gerade. Wisst ihr, wie ich meine? Das Spiel hat ja auch einen Zweispieler-Modus, der halt beinhaltet, dass man als Luigi spielt. Ich glaub, abwechselnd. Und wer halt mehr awesome ist, der ist halt mehr awesome. So, in etwa kann man das werden. Schönes Feuerwerk. Schönes Feuerwerk. Danke, danke, danke. Das wär halt auch sehr schön, ohne Game Over das Spiel jetzt zu beenden. Es ist, das muss man halt auch mal aussprechen, möglich, wenn ihr Game Over geht. Und dann beim Titelbildschirm A gedrückt haltet und dann Start betätigt. Ich hab früher immer gelesen, gleichzeitig drücken ist totaler Quatsch. Das ist wie bei Sonic zur Levelauswahl. A gedrückt halten und dann... Boah, sollen wir ihn mal besiegen? Seht ihr, das war ein Panzer. Das war halt quasi ein Käfer. Und in jeder Welt ist ein anderer Gegner, der sich quasi verkleidet als Bowser. Witzig ist, dass... Ihr seht ja im Artwork rechts den originalen Bowser. Es ist halt so im Endeffekt geworden. Aber hier kommt Lucky auch ins Spiel. Das ist die Fake-Bowser-Farben, der letztendliche Bowser wurde. Und die Bowser-Farben des echten Bowser. Hier ist das extra Leben von 4.1. Die Bowser-Farben von, ähm... Oh, nee, das war die Röhre davor, oder? Schade. Man hätte noch in eine Röhre reingehen können. Nee, da ist sie. Bleib mal im 100%-Kurs, Freunde. Ich kann hier nicht viel tun als großer Mario. Und jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Die Stachis, der wirft er. Man kann auch erwähnen, dass der Lucky 2, ja, der die Stachis wirft, der bewegt sich ja ein bisschen unorthodox. Ja, und in neueren Spielen wird das ja auch so nachempfunden. Ja, aber hier im originalen Super Mario Bros. haben die Entwickler nicht verstanden, wie sie es hingekriegt haben, dass sich Lucky 2 so bewegt, wie er sich bewegt. Man kann das bezeichnen als, als Bug. Und die haben den so gelassen, weil er halt sich so unberechenbar bewegt. Aber gewollt war das nicht. Hier ist auch was Verstecktes. Und zwar... Hier sind Münzen, genau. Auf dem First Try erwischt hier. Hier sind Münzen versteckt, sonst nirgends. Seht ihr das? Geil, oh, maat. Warpzone. Hier. Hier. Hier kann es auch noch hin tun. Hier, wenn ich jetzt hier springen würde hoch, nicht hinspringen. Dann habt ihr es, naja, zumindest mit einem großen Mario verbaut. Denn die Ranke ist... Hier. Die führt euch zu den Leveln oder Welten. Fünf, sechs... Nee, sogar sechs, sieben und acht führen die ein. Aber ihr würdet sonst diese Röhre verpassen. Ist das nicht toll? Ist so viel toller als so ein Warp zum letzten... Zur letzten Welt. Ich meine, das sind Münzen, Leute. Münzen an die Macht. 100% Freunde. Aber 100% würde bedeuten, du musst alle Münzen sammeln. Und meine 100% Leute. Es gibt auch noch eine Warpzone hier. In der Tat. Und zwar, wenn ihr erneut über das Ziel geht. Am besten geht das als großer Mario hier. Aber das machen wir nicht. Die führt uns nur zu Welt 5. Und ich glaube, hier muss ich auch hin für Welt Minus 1. Das werden wir auch nochmal separat machen. Und im Let's Play reinpacken. Ja, 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 ja. Ah, das große Original. Glaubt ihr nicht? Müsst ihr euch mal vorstellen. Jedes 2D-Jumprun. Alter, die Szene ist schon verbuggt. Habt ihr gesehen? Es gibt gar keine richtige Szene. Ich muss zugeben, ich hatte auch selten so viele Leben. Jedes 2D-Jumprun, das ihr kennt, hat quasi ihren Ursprung hier. Hätte es dieses Spiel nicht gegeben? Hätte es dann überhaupt Jumpruns gegeben, wie wir sie kennen? Vermutlich ein bisschen anders. Und dabei ist es total verrückt. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Vermutlich besser, wenn ich das weg tue. Hä? Da, wo sich das Ding befand, war jetzt quasi eine unsichtbare Mauer. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Da, wo das Ding war, war eine unsichtbare Mauer. Also, es wird noch lustig und fehl. Ich wollte ein Ding bei der New Quest. Ich habe das extra weggemacht, damit ich da nicht dagegen stoße. Und du stößt halt trotzdem dagegen. Ich brauche halt diese Münze. Das ist das Letzte, was ich tue. Besser. Muss ein bisschen aufpassen. Ich mag die Pilze hier übrigens. Wie gesagt, Super Mario Bros. Deluxe. Für den Game Boy Color. Fand ich groß und klasse. War natürlich viel mehr reingezoomt. Die Lost Levels waren mit drauf. Und es waren überall Yoshi-Eier versteckt, die man dann mal suchen konnte. Fand ich einfach nur fantastomatisch. Ich glaube, ich habe jetzt alle Münzen. Und bringt damit ein 5-1 auch wieder. Das versteckte Extra-Leben. Ich glaube, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt zum ersten Mal diese Szene. Du musst den richtigen Weg gehen. Aber der ist relativ einfach. Also wenn ihr jetzt unten lang geht, wiederholt sich das. Viele wissen Bescheid. Das war halt beim ersten Spiel so ein little bit verwirrend. Auch warum das hier so designt ist, finde ich, frage ich mal nicht. Aber ihr müsst hier runter. Finde ich übrigens den schlechtesten der legendären Soundtracks. Das Boss-Theme. Nervt einfach. Nervt einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der erste Part aufhört. Ich moderiere einfach mal ab. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Daumen hoch und bis dann. Und ciao.